Hey meine Freunde, was geht? Willkommen auf dem Kanal von Smektakulär nach dieser kurzen Sommerpause. Wir haben die Sommerpause dafür genutzt, um unseren Kanal nochmal etwas zu überdenken und auch etwas umzustrukturieren. In Zukunft könnt ihr euch auf Gameplays von uns freuen. Natürlich bleiben auch die Best-Offs, die werden wir auch wieder mit reinnehmen, aber wir wollten unser Fokus mehr auf die Gameplays legen, damit wir in Zukunft auch mehr mit euch in den Kommentaren interagieren können und damit wir zusammen ein besseres Erlebnis auf diesem Kanal haben können. Und ein wohlwollendes Miteinander. Diese positiven Vibes. Damit starten wir dann heute. Nein, wir starten noch nicht, weil wir haben erstmal... Das haben wir besprochen! Wir haben es auch noch am Tag. Scheiße! Ein fettes Danke an unseren Bro und jetzt auch offiziellen Partner Bobby, der eigentlich alles auf unserem Kanal macht, was geil aussieht. Das heißt, er wird in Zukunft unsere Thumbnails machen, unser Intro hat er gemacht, Tite-Bild, Banner... Er macht alles, was... Er macht die komplette Optik, der sorgt sogar dafür, dass wir Bratzen gut für euch aussehen. Das meine ich. Und der Punkt ist einfach, guckt bei Instagram nach. Wenn ihr ein Logo braucht, schreibt ihn an. Er macht extrem faire Preise, er passt sich auch an euch an. Schreibt gerne, dass ihr von uns kommt. Er freut sich über jeden Like, über jeden Abo. Also, schaut vorbei. Wurde uns sehr freuen, würde ihn sehr freuen. Und ja... Super Typ. Unterstützt dich. Grazer Mensch. Das meine ich. Einfach nur ein großer Typ. Und jetzt? Jetzt können wir starten? Das muss ich sagen. Okay, dann starten wir jetzt mit Outlast 2. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Ein Kommentar für den Algorithmus. Und wir starten. Wer es schafft, das erste Kommentar zu sein, kriegt ein selbstgeweihtes Bild von mir. Let's go, der Hase. Viel Spaß. Hau bei den Lust. Ich hab Angst. Oh. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Darf ich jetzt raus? Ah, du. Wir müssen noch die Schwiegkelle entstehen. Ich hab das Bild eingestellt. Bin ja gar nicht gegangen. Äh, was drücken wir? Machen wir einen Lebensstimulator? Ich bin da für. Wir machen nochmal. Wir machen keinen Passieren. Das heißt, ich sterbe gerne. Was ist denn? Wir sterben gerne. Hast du den Namen? Ja, klar. Oh, Outlast 22, schwieriger. Oh, mein Gott. Können wir nicht Hello Kitty, der große Insel Spaß spielen? Ich hab gehört, es ist auch gruselig auf seine Weise. So Leute, geht los. Oh, Mann. Fällt dir auch nichts? Lächeln, Janis. Oh, ich köre. Lächeln. Lächeln. Willst du mir gerade den Schritt gefasst haben? Ich bin riesig. Die größten drei Schlösser hier. Es passiert gar nichts. Alter, ich bin so ein schreckhafter Will. So ein Puls. So ein Puls wäre es aber vielleicht die nächste an. Schauen wir, wie wir machen müssen. Ja, ja, ja. Ich bereite mich physisch und mental auf die ganze Geschichte vor. Das war jetzt schon gruselig. Was? Die hat die Schrie. Das ist ein Helikopter. Die stürzen ab. Die stürzen ab. Wir können schauen, aber es ist nichts hier. Es sieht ziemlich lecker aus. All das Merküri in der Frau Blut. Sie hätte sie zumindest eine Dekade von einer ziemlich schweren Industrie. Wenn du so sagst, Mann. Du hast die Zeit. Okay. Wir sollten eine Intro filmen, während wir hier sind. Die Produktion-Value? Oh, Intro. 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 Und jetzt kommt das Intro. Oh ne, leg die Kamera weg, Bruder. Ne, die. Sehr gut. Na, das sieht ja gut aus. Alter. Weg die Cam weg. Oh, ne, ne, ne. Oh, ne, ne. Oh, ne, ne. Auch immer gut, eine nicht auf die ladende Kamera mitzunehmen. Ja. Gerade wenn man irgendwas aufnehmen möchte. Ja, vor allem, weißt du, oh, lass uns heute mal einen Intro filmen. Alles klar. Meine Cam ist schon für die geladen. Let's go. Hä? Boah, ich kann mich schon bewegen. Hör mal auf dich zu bewegen, Alter. Lass uns mal bitte sieben den Tropos erzählen. Ja, ich soll ja so weit wie so viel von der Landschaft im Hintergrund sein. Ich mach das mal mit mir nicht. Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, nur man muss sein. Oh mein... Oh mein... Is das ein bisschen in Deutsch? Wat? Is das ein bisschen in Deutsch? Oh nein, ich muss es ja nicht. Ich muss es ja nicht richtig lesen. Oh mein... Lese? Ich habe ja gehört, dass sie noch gleicher ist. Ja. Aber da weiß ich noch nicht. Die Musik habe ich so vorbereitet. Super. Es ist auch sehr hilfreich, dass er sagt, wenn die abstürzen. Du wirst mal ganz genau wie nah du im Tod bist. Das finde ich gut, gefällt mir. Alter, das war mit dem Video für heute. Haut rein. Alter. Leute, wir sind in einer katholischen Schule. Da kann nichts Schlimmes passieren. Kann ich das irgendwas machen? Naja, nur losen. Hallo. Wir gehen rein. Das machen Spinneville würde ich nicht, oder? Also... Jessica. Ich habe Spinne nicht studiert, aber... Ich stehe aus dem Entrocken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Die Räucher sind eklig. Warte, lass mich zuerst gucken. Hol euch, Fritter. Den hol raus. Wie kein Sprinten. Spritter, hol den. Nimm den Feuerlöscher. Hast du eine Knarre? Nimm den Feuerlöscher. Das geht nicht. Ach, Mann. Das ist ja egal. Unrealistisches Scheißspiel. Schmeiß den Wandprojektor. Schmeiß den DJ raus. Ja. Schmeiß den DJ raus. Scheiß auf Schickimicki. Ich hole mir jetzt ein Bier. Oh, ohne Witz, Alter. Können wir jetzt nicht mit ohne Musik spielen? Schmeißen. Das ist ein Ding für mich nicht umreden. Ich Dreh dich nicht um! Oh, Gott! Warum gibt es das? Wir sind nicht allein hier. Ja, weiss ich. Ich bin echt zu drübsch. Ich gucke, wie man sieht. Der blut unterschrecklich. Mit Blut-Ald, Dude. Mal geht es mit dem Schwedenkampf. Das war so ein inneres Bedürfnis gerade. Oh, die Kamera! Das ist die Sex Cam! Wir springen runter. Nothing matters in Linn, du hast es hier entfülle. Ich habe eine Kamera suchen, oder? Ich bin hier geboren nach... Das sind die Linnas? Ja, ja. Okay, das ist stark. Deshalb sitzt du vor der Cam und ich hinter der Fernseher. Ja, völlig gut. Das ist der Moment, ich sitze hier total angespannt. Ich will eigentlich chillen, aber irgendwie... Ey. Ja gut, okay. Wo geht's denn? Ich musste da runter springen. Das hat nicht funktioniert, du lügner. Ich wusste nicht, dass du da jetzt runter springst. Ja, ich habe gedacht, ich muss da runter. Ich habe das Spiel nie gespielt, keine Ahnung. Ich habe das Spiel nie gespielt, keine Ahnung. Alles gut, er steht wieder auf. Ah! Ah! Ich habe doch gesagt, du musst da runter springen. Nein, ich bin da... Ich bin da... Oh, ich habe heute wieder erschrocken, ey. Er rutscht. Ich komme immer noch auf meinen Schreien da, wie ich klar war. Ich gucke zu euch, weil ich mich erschrocken habe wegen Janis. Guck wieder rüber, ist da Blut. Und mein inneres Ich sagt, ey, lasst mal schreien, Alter. Ich bin noch nicht mit mir selbst in Schenny, das ist das Problem. Und ich bin noch auf den Punkt. Es ist das Problem, ich bin schon. Wir sind noch auf den Punkt, man muss das halt auf den Punkt spüren. Ich habe das mal auf den Punkt zu schreien. Ja. Das war mein Fass. Oh, jetzt mal auf den Punkt. Und das ist nur die Fass. Das ist auch die Nummer. oder wer vor dem... äh, wohnen wir da ab. Das ist ganz wichtig. Vermeide die dunklen Ecken. Ja, schalte. Achso. Ja, alles klar, ich bin raus. Alter, Bruder. Mach doch den Keh noch kleiner. Ist ja widerlich. Ich sehe so schönes, verstehst du? Mein Gott, ich hab noch nie mal erkannt, was das ist. Denn Lind ist eine Halle wieder. Oh fuck, warte mal. Ich hab die Steuerung noch nicht so drin. Mann. Der sieht nicht mehr so sauber aus. Nee. Alter. Das ist ja... Absolut. Das war so ne beschissene Idee. Du kannst rennen? Das ist ja böse. Lass mal Speedrunnen. Okay. Kannst du dich schnell umdrehen, oder? Scheinbar, ja. Warum sag der mir das denn? Äh... Wenn du überlegst, hast du es in real life Menschen gibt, die so was wirklich machen? So in dunklen Höhen und so? Nee, lass mal. Mit so einer Cam. Ich überleg mir sowas ganz gerne nicht. Wenn ich überlege, weißt du, ich kack mir ein und wir gucken auf den Fernseher. Ich glaube nicht, dass sie die Town hilft, oder? Du, ich... Wenn das auch erfragt würde, wenn kurz so um die 100 Meter vor der Stadt jemand aufgeknüpft wurde... Ich weiß nicht, ob die Stadt jetzt so geil ist, da... Wie sieht es eigentlich aus? Kriegt man hier Waffen? Ich hoffe es. Okay. Oh, den Körerwart von links. Ich hab nicht gesagt, guck nach links, lauf einfach weiter. Lauf einfach... Der Körerwart von links, lauf geradeaus weiter. Dreh dich nie um. Mach die Kamera an! Dreh die Kippe aus! Hier ist ja ein Haus! Da hab ich mich gesehen. Kack auf die Tanzfläche. Ähm... Lauf! Du solltest da nicht reingehen. Lauf! Kannst du einsammeln in den Traumfänger? Oha! Alter! Verpestig! Hey, das sind normale Menschen wie ihr, Dicke. Und ein totes Pferd. Ganz normal. Ein ganz normaler Sonntag. Das ist ein totes Pferd, ja. Oh, das ist eine Kuh. Ich wollte auf das Schwein reiten. Ich wollte auf das Schwein reiten. Guck doch nicht rein! Ist das ein Beet? Das ist Pater! Pater! Oh, Pater Wieser! Ah! Oh! Auf zu schreien, Mann! Alter, da hat keiner geschrieben! Ja, aber du kannst nicht schreien! Ich sitze neben dir! Mann! Nicht hingehen! Regel Nummer eins! Ey, mit Headset ist das richtig eklig, wa? Ach gut, die Kamera ist gleich leer. Spiel ist vorbei dann! Haben wir ja nicht gewonnen? Mhm, mhm. Wenn die Kamera leer spielt, das ist dann... Ja... Müssen wir jetzt im Dunkeln weiterlaufen? Woh? Alter... Haben die denn studiert, der Rücknetzlofen dramatisch? Irgendwo am Zaun stehen und dann Rücknetzlofen? Der Rücknetz im ganze Dorf, ja. Ja... Ja, ich hab grad Finzer... Finzer öffnen... Ich muss hier drin! Nee! Ah! 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 Ich hab mein Träger gesorgt! Ich übernehme nicht! Mann! Ich bin zu schreckend für seine Spiele! Wir sind drin! Was? Nein! Ah! Kannst du hier auftreten? Ich bin's, Tim! Ich bin's, Tim! Ich bin's, Tim! Er geht wieder raus! Alter... Und du musst kundigen! Arme Snake! Follow me! Arme Snake! Follow me! Steh auf, du musst rennen können! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, daaje ich nicht ob du die Kamera machen solltest oder nicht! Ach so... GECHUTEO! MIND WEBS! Mach mal Lippen! Lipp lepp 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 lepplepp! Okay jetzt kann ich schon wieder gebeten. Versuch mal Batterien zu finden. Ja, die brauchen wir nicht. Ich glaube gerade mal Trito, das kann nicht gut werden. Nicht umdrehen. Oh, links ist oben. Hinter und überall. Nicht umdrehen! Fuck drauf! Ich bin da! Ich weiß aber noch nicht, ob ich da sein will. Ist das jetzt ein Sieg, dass wir da sind? Das Kind es kommt. Bereit das Messer... Äh, wett. Ich weiß wirklich. Ach so, sagt uns für die zukünftigen Aufnahmen mal, ob wir das vorlesen sollen oder nicht. Ja, das stimmt. Und ob wir eine guselige Stimme dabei machen sollen oder eine normale? Ah! Er kann nachladen! Er kann nachladen! Haben wir hier Fingererfertigkeit oder so? Das ist wichtig. Hast du einen Plünder? Ja. 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 Da waren wir ja nicht, oder? Ne? Oder doch, wir müssen da weiter, oder? Komm, ist ja nicht noch egal. Was ist das Haus, Olga? Oh, die Batterie, geil. Looten und Leveln. Wo stehen wir die Batterie nicht haben? Ah, linke Tasche. Warte, ich hab's, warte. Okay, wir haben eine. Super Sache. Wir haben Bandages. Das ist gut, das mit den Bandagen. Nee, den lass aber noch. Oh. Wie ne Mücke, Alter. Komm, leuchtet irgendwann das Bein rein. Ja. Okay. Und von da kam wir doch. Von hier. Ich muss noch nicht gelangen. Von hier kam mir doch der komische Tücker-Ding. Achso. Oder die Olle. Okay. Jetzt sieht alles gleich aus für mich. Ah! Ja. Ich dachte, wir sind von da durchgekommen gekommen. Warte mal, warum muss ich kennen? Ich weiß nicht, ich bin dahinter oder voll? War das gut? War das scheiße? Ich weiß es noch nicht. Ich muss nachhören. Vielleicht bist du noch im richtigen Moment durchgekommen? Ich glaube, da war vielleicht hinter uns irgendwas. Ich weiß es nicht. Kannst du wegzunehmen? Kannst du hochklettern und dann musst du wieder hoch oder was? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin... hä? Ich hab ich Wasser gemacht. Du musst da wahrscheinlich an der Leiter laufen. Weil die Ecke kaputt. Ja. Jöschi. Du darfst mir alles. Du hast mir auch schon drangem. Kannst du gar gut? Du bist ja gut. Du bist ja gut. Du hast mir auch schon drangem. Du bist doch nicht mehr. Du bist ja gut. Aber... AHHHHH! AHHHHH! FUCK! Mann! Zeige! Scheiße! Wir haben Bandage angeht... Ich weiß... Wir erschrecken uns, weil wir irgendwo runterfallen! Dann können wir nicht mal an Charter stehen! Dann kommen wir zum Faktor! Ich weiß! Warte! Kamera! Die Kamera! Das ist die Alte, wie sie uns davon nicht achtet! Hexe! 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 Auf den Scheiße hoffen wir dir! Ich nehme die Batterien! Das stand Verstecken! Wo? Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum ist da eine Möglichkeit zum Verstecken? Warum ist das eine Möglichkeit zum Rindeluxen? Bleib einfach in der Tonne! Das ist YouTube Gameplay! Bleib bei der Tonne! Ich würde sagen, wir beenden die Gameplay und fangen dann das nächste Mal wieder an! Das meine ich! Schreibt in die Kommentare, wie ihr den ersten Teil fandet! Habt ihr Bock davon mehr zu sehen? Dann machen wir trotzdem nicht weit! Ist echt stolz! Wollt ihr längere Folgen? Wollt ihr so diese Folgenlänge beibehalten? Da sind wir auf euch angewiesen! Jo! Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag! Bis dahin, haut rein! ... ...